so meine damen und herzlich willkommen wir spielen ja ein spiel wie heißt das spiel bitte samper ok und das ist sehr 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 schwer wie sehr schwer die leute ich muss diesen käfer kontrollieren muss ständig die leute sie es kennen die wissen was das für eine anstrengung ist wir sind in level 3 ist halt sowas von scheiße was kann der erste ist ja noch leicht der zweite auch drittel das ist ein kleiner vogelkäfer käferfug ist kein schönes spiel machten nur noch die wäsche die wäsche mann ist es drückt dann direkt hat das ist es ist und das macht jetzt spaß ja tut mir leid ich verkacke es halt ständig darum geht es ja nicht darum geht es ja nicht wir hängen halt gerade die ganze bei der gleiche ich gerade die ganze zeit sehr sehr schlecht gespielt flügel sind weg die ansatzweise das was vom game ist dieses was heißt okay mann jedoch mann Normalerweise macht es viel mehr Spaß mit dieses Kacken. Nein! Ich hätte es sogar geschafft, nur weil ich meine Fliebe verloren habe. Mann, jetzt kann ich alles holen. Mann, geh doch. Nee, alles von vorne machst du mal. Mann, hat das nicht funktioniert? Warum? 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 Oh? 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 Oh. Oh. Danke. Erster Hütz. Muss kurz mal was ausprobieren. Aha! Das geht so. Ich habe es die ganze Zeit falsch gemacht. Ja. Ich bin dumm. Das ist mein Spruch. Außerdem heißt es, ich bin dumm. Ich habe es endlich geschafft. Aha! Gut gemacht. Noch nicht. Ich habe es übrigens noch nicht geschafft. Man, ich habe es verkackt. Ich bin dumm. Und jetzt. Letzter Hüt. Ja, letzter Hüt. Oder? Bitte sag mir, es war letzter Hüt. Ja, es war letzter Hüt. Räume zäh. Räume C. Okay. Und bumm! Zeichen! Perfekte Kurven! Okay, der war jetzt scheiße zu tryen. So, wo bringst du deine Freizeit? Und bumm! Mein Internet gibt gerade auf. Alter, was ist... ... ...